So, und dann... ...bewegt ihr jetzt euch bitte mal ganz schnell... ...mit wem seid ihr denn verbindet? Ach, mit denen! Ähm, ja, wir haben hier ja auch noch welche. Ach Gottchen. Ähm, gut, dann bewegt ihr beiden euch jetzt ganz schnell mal... ...dahin. Und ihr beiden ganz schnell mal... ...dahin. Ah, ich hab auch zu viele Planeten. Müssen wir hier noch schnell, ähm... ...ja, die Sektoren sind schon so riesig und ich hab leider keine... Ach. Anführer. Oh, ich hab eine meiner Armeen, hat keinen Anführer. Was nehmen wir denn? Wir nehmen hier, er hat drei verschiedene Sachen. Ach komm, halten wir ihn ja erstmal. Und dann... ...den weg. Und Planeten. Neuer Sektor. Den nehmen wir gleich noch mit. Abschließen. Äh, jetzt haben wir auch kein Problem mehr da. So. Jetzt haben wir hier noch eine ganze Menge, ähm... ...ähm... ...ähm... ...Planeten. Äh, das ist, äh, nicht schlecht. Das sind nochmal... ...sechs jetzt. Ja, könnte was werden. Wie schon gesagt, ich versuche jetzt so viele Kriege so schnell wie möglich zu gewinnen, wie es geht. Ich werde jetzt auch hier diese Truppen, die ich hier hatte... Armeen, Alsen... Ganz einfach aus dem Grund, ich denke hier hinten wird mich keiner angreifen. Und dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten, Planeten zu besetzen, das dauert manchmal so ewig. Naja. So, macht hinne, macht hinne. Dann könnte ich hier noch oben die ganzen Sachen erforschen. Vorher kann ich die nämlich nicht besiedeln. Das machen wir auch nochmal ganz schnell hier. Und soll kannst du auch nochmal... Und das war's, glaube ich. Ja. So, Schiffe sind da. Dann. Äh, Quatsch. So, Krieg erklären. Was möchte ich denn? Neckar möchte ich. Und... Was haben wir hier noch? Mernas... Das sind zwei Planeten. Latoros. Das sind auch zwei Planeten. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Ähm... Medoc werden wir nicht kriegen. Ich schau mal. Una, wie viel Una oder Yalbask kostet. Una. 14. Und das, wenn ich das jetzt hier... Es passt... Ja genau, von den 14 Punkten. Wenn ich den jetzt hier rüberziehe, ist es normalerweise 111. Ich beschau mal. Ne, 102 sogar. Das ist immer sehr schräg. Ich verstehe das nicht so ganz warum, aber gut. Ja, Allah, Allah, Allah. Das kostet auch so viel. Ach komm, wir lassen was dabei. Obwohl, hier... Hab ich es jetzt weggemacht? Ich... Mann, bescheuert. Nochmal. So. Auch... Ich möchte das gerne haben. Gut, dass ich auch Pause habe. So. Ähm... Was hatten wir? Neckar. Memas. Oder Mernas. Latros. Und... Wollte ich gucken. Ratha. 11. 98. Das geht. Wunderbar. Ähm... Damit haben wir auch super... Äh... Die ganze Punktzahl ausgenutzt. Ähm... So, ich werde die gleich aufteilen. Aber im Moment, ähm... Ja... Eigentlich können wir das... Ich glaube nicht, dass die irgendwas groß haben, was sie mir entgegenstellen können. Da, doch. 15.000. 5.000. Naja. Ach, ich wollte ja gucken. Wie viel sind's? 152. Gilt jedes... Jedes Teil gilt als Planeter. Interessant. Aber ich denke, da kann man auch nicht groß was anderes machen, als, ähm... Scheint man groß nichts machen zu können. Ah, hier ist wieder die... Weiß ich nicht... Terror-Ruckel-Flotte. So, eine von den beiden kann ich schon weiterziehen. Das mache ich jetzt einfach mal. Station under attack. Was bitte? Das ist eine Kriegserklärung. Ähm... Viel zu lange hat die fungikationische Aggression die Galaxie terrorisiert. Ähm... Ja, wenn du meinst, äh... Darf ich jetzt auch irgendwelche Kriegsziele, ähm... Festlegen? Ähm... Gut. Das ist meines Wissens sind das die... Ja, die sind das. Gut, dann legen wir mal neue Kriegsziele für uns fest. Und zwar... Was wollen wir denn? E... Machos. Ähm... Biwam nehmen wir noch. Oh Mann, das sind drei. Krass. Ach, das ist auch sein Hauptsystem. Ist egal, nehmen wir. Ähm... Forderung festlegen. Jo. So, äh... Können wir da auch gleich weitermachen. Wenn er meint, ihr müsst mir in den Rücken fallen, dann... Ja. Das wird eh nicht viel bringen. Die werden alle sterben. Oder nicht sterben. Ich will sie ja einfach nur, ne... Über deren Planeten einen anderen Namen schreiben. So. Das ist doch alles. Ja, 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 ja. Was mich ein bisschen nervt, ähm... Die sagen ja immer Station Under Attack. Aber die sagen nicht, wo und welche Station, ne. Das ist immer so das Beste an der ganzen Sache. Situation Log Updated. Ich dachte, ich hätte einen von denen hier rüber geschickt. Ach, was wird das jetzt? Ja, komm. Dann feite, wenn du willst. Situation Log Updated. Evading Hostile Fleet. Situation Log Updated. Drei Krieger am Start hier. Unglaublich. Hostile Fleet Engaged. Ähm, ja, ich würde die gerne aus dem Kampf nehmen, aber es geht anscheinend nicht so. Situation Log Updated. Hostile Fleet Engaged. So, die eine ist jetzt, äh, frei. Wir nehmen mal den härteren. Wir ziehen dich mal nach Latoros. Ja, so, äh, er bombardiert. Das heißt, hier können wir eine Armee hinschicken. Wenn ich es dann irgendwann mal angeklickt kriege. Ja. Und. Ansonsten leider nix. Drei Jährchen. Drei Jährchen. Habe ich noch. Obwohl die Kriege jetzt, ich sag mal, ähm, die werde ich auch nach meiner, ähm, äh, Denominierung, oder wie nennt man das, ähm, meiner, ja, meiner, ja, meiner, am Ende meiner Amtszeit sozusagen, trotzdem noch weiterführen können. Ähm, obwohl ich die gestartet habe. Ja, warum tust du nichts? Ach, weil ihr euch geprügelt habt mit denen, alles klar. Ja, welch denn, mein Freund, welche? Das wäre so eine, eine unglaublich... ...super tolle Information. Wie schon gesagt, ich sollte da nicht reinzoomen. Ähm, das, äh, dauert viel zu lange. Warum steht ihr da rum? Weiß kein Mensch. Es tut sich auch wieder mal nichts. Ja. Es bewegt sich gerade kein Tag. Und jetzt ist es auf Pause. Hm. Schräg. Egal, funzt wieder. So, Leute, bombardiert doch jetzt bitte mal irgendwas noch. Dritte Fleet hat nichts mehr zu tun. Das war... Wo schicken wir dich denn hin? Mh... Construction complete. Evading hostile fleet. Hostile fleet engaged. Construction complete. Construction complete. Construction complete. So. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich die... ...die Truppe hingeschickt habe. Ich denke hier hin. Dann haben wir hier noch einen. Attacke! Ja, das ist... ...so langsam nervt, Junge. Sag mir wenigstens wo, damit ich darauf reagieren kann. Ach, den haben die schon eingenommen. Ja. Dann. Äh. Fliehst du mal nach Memas? Obwohl, nee, in diesem anderen, da waren zwei, ne? Fliehst du mal nach dem, da waren zwei, ne? Okay, wo? Ein Cargaton, da... Könnten die vielleicht sogar hinkriegen. Schauen wir mal. Wenn, ist auch nicht so schlimm. Kriegen sie halt vielleicht ein paar Pünktchen oder so. Ähm. Ähm. Was macht, äh, er fliegt irgendwo hin? Ja, wenn du willst, kannst du meine Konstruktionsschiffe gerne kaputt machen. Ähm. Ähm. Das interessiert mich die Bohne. Station under attack. Gun lost to invasion. Hostile fleet engaged. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht zu schnell. Hatte ich hier schon Truppen hingeschickt? Ich weiß es gar nicht mehr, äh. Research complete. Komm, ich schicke mal nochmal eine hin. Station under attack. Ja, ja. Ja. Situation log updated. So. Wir müssen zusehen, dass wir nicht zu sehr ins Negative fallen, weil dann kann er nämlich den Krieg beenden, mit, mit einem, vielleicht einem Minimalbonus für ihn, aber es wäre trotzdem nervig. Station under attack. Ja, ja. Mach meine Station kaputt, wenn es dich glücklich macht. Oh, du bist den Tülkor. Das ist ja nicht so nett. Station under attack. Aber anscheinend will er jetzt wieder abhauen. Hat mir aber eine, 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 Kampfstation kaputt gemacht. Station under attack. Hostile fleet engaged. Da haben wir schon einen hingeschickt. Station under attack. Ich weiß nicht, da hatte ich, glaube ich, auch einen hingeschickt. Und hier. Keine Ahnung. Komm, schicken wir mal noch eine hin. Wohl. Hier kommt der, äh, mein Kumpadre. Station under attack. Situation log updated. Zu viel los hier. Einfach zu viel los. Station under attack. Ich muss mal kurz ein bisschen warten, damit ich einfach einen Überblick bekomme, was, was ich jetzt schon eingenommen habe oder nicht, oder wo die, ähm, wo jetzt irgendwo was eingenommen wird. Ein wenig den Überblick verloren. Ja, 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 ist ja gut. Okay. So, jetzt macht mal ein bisschen hin hier. Oh, die bombardieren jetzt auch was. Da habe ich nämlich noch nichts hingeschickt. Das machen wir jetzt schnell hier oben dehnen, meinetwegen. So. Station under attack. Ja. Station under attack. Ja, das ist hier, aber ich will mich erst um die, um die da unten kümmern, bevor ich mich jetzt darum kümmere. Minus sieben Prozent. Ich weiß noch nicht, ob er damit Schluss macht. Ich glaube nicht, dass er das überhaupt kann. Jetzt, äh. Ach, das ist meine. Station under attack. Ah, die sind endlich da. Jetzt kann ich die, äh, nämlich ein bisschen wieder verstärken, die Flotte. Station under attack. So, und eine von den beiden Flotten werde ich jetzt rüberziehen müssen. Am besten die erste und zweite Flieh. Station under attack. Weil das geht mir doch schon ein bisschen auf den Sack. Ähm, so. Gehen wir euch doch mal besuchen, meine Freunde. Konstruktion complete. Werden sie wahrscheinlich auch tot kriegen, aber, mein Gott. Noch stehen die relativ sicher. Muss ich mich auch noch nicht... Mir noch keine Gedanken darüber machen, dann können wir direkt hier, äh, wo fliegen wir hin? Nach Bintour immer noch. So, da haben wir auch einen genommen. Ihr fliegt auch nach Bintour. Konstruktion complete. Enemy planet secured. Station under attack. Okay.